Herzlich Willkommen auf unserem Ackerbaubetrieb hier in Schleswig-Holstein direkt an der Nordsee, direkt an der Westküste von Deutschland. Mein Name ist Thorsten Meier und ich bewirtschafte hier einen Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Pflanzkartoffelproduktion mit 90 Hektar Pflanzkartoffeln auf drei Züchter aufgeteilt, die Europlant, die Solana und die HZPC. Zurzeit mit einem Portfolio von 14 Sorten. Im letzten Jahr haben wir uns dazu entschieden, in einen Smart Grader von der Firma GEO zu investieren und die vor- und nachgelagerten Maschinen von der Firma Bilsmeer Herkules zu investieren. Der Grund dafür sind einmal Personaleinsparungen. Es ist immer schwieriger in der Landwirtschaft gutes Personal zum Verlesen der Kartoffeln zu bekommen und der andere Grund ist, wir wollten ganz gerne ein genaueres Spektrum der Größe bekommen. Gebrochene Ware wird in der Pflanzkartoffelproduktion immer wichtiger und mit dieser Anlage ist es möglich, sechs Fraktionen zu sortieren in einem Arbeitsgang, was arbeitswirtschaftlich eine sehr große Erleichterung für unseren Betrieb ist. Der Smart Grader wird rein aus Kisten befüllt. Wir haben ein reines Kistenkühllager. Wir haben einen großen 35 Tonnen Vorratsspeicher, die dann den Smart Grader speist. Das hat den Hintergrund, dass wir den Smart Grader auch ganz gerne in der Nacht laufen haben wollen, um Auslastung zu bekommen und auch um die Menge zu bewerkstelligen. Es sieht so ein bisschen so aus. Wir starten unseren Arbeitstag morgens um sieben mit der Befüllung des 35 Tonnen Bunkers, schalten den Smart Grader ein. Über Tag läuft die Anlage und macht ihre Arbeit. Der Smart Grader wird über einen Steilförderer beschickt. Dieser ist mit einem Frequenzregler ausgestattet, sodass konstant dieselbe Menge in den Smart Grader hinein läuft. Wir haben dann als erstes einen sogenannten Shaker. Der Shaker sorgt dafür, dass der Smart Grader noch genauer beschickt wird und somit noch ein bisschen mehr Leistung über den Smart Grader rüberlaufen kann. Danach folgt eine Vibrationseinheit mit einer Vereinzelung, dass die Knollen einzeln nacheinander fotografiert werden können. Das Fotografieren erfolgt über Rollen, wo die Kartoffeln sich drehen und jede Knolle wird mindestens zehn bis zwölf Mal fotografiert, damit ein vernünftiges Bild für die Knolle und für den Auswurf stattfinden kann und man eine vernünftige Qualität dann auch bekommt. Der Auswurf erfolgt per Luft, dann wird es auf Bänder ausgeschossen, sanft, sehr sanft und wird dann den großen Bunkern, den fertige Warebunkern zugeführt. Die Kartoffeln fallen in Bunker für fertige Fraktionen, die jeweils 12,5 Tonnen fassen. Davon haben wir vier Stück und für über den Tag nehmen wir dann aus den fertigen Warebunkern die Ware raus, können sie dann abpacken oder zurück in Kisten füllen und wieder zurück in die Kühlung stellen, wo sie dann darauf warten, dass die Kunden die Ware abverlangen, die dann wiederum noch einmal nachverlesen wird, ein Qualitätscheck gemacht wird und verpackt wird. Wir haben hier unsere Klassifizierung, wonach wir die Knollen rausschießen wollen, zum Beispiel halbe, faule Formfehler, die Größen, die wir in sechs verschiedenen Fraktionen sortieren könnten, wenn wir es wollen und über diese Anzeige prozentual einstellen können, ab wann soll die Knolle rausgeschossen werden, wie viel können wir dulden, ab wann ist es Abfall. Was mir sehr gut gefällt ist auch jetzt mit dem Geo Smart Grader, dass wir noch ein besseres Gefühl für die Sorten bekommen, weil es sehr gut zu erkennen ist, es wird alles dokumentiert, wie viel Prozent Abfall habe ich rausgeschmissen in Drahtwurm, in Rissigkeit, in Halben und wie viel Prozent habe ich in den einzelnen Fraktionen, sogar mit Knollenzählung. Was für mich im Nachgang sehr wichtig ist, um die Sorten noch einmal zu bonitieren im Büro und für mich selber herauszufinden, passt die Sorte zu unserem Betrieb, zu der Vegetation hier oder ist es eine Sorte, die vielleicht auf anderen Flächen besser wächst. Wir haben uns für die Firma Geo entschieden, aus mehreren Gründen. Einmal die Genauigkeit auf den Betrieben, die wir vorher besichtigt haben, hat uns überzeugt und für mich war sehr wichtig, wenn ich auf die Schiene optoelektronisches Sortieren gehe, dann möchte ich auch eine Anlage haben, die Größe und Qualität machen kann und das ist mit der Smart Grader möglich. Was uns weiterhin sehr überzeugt hat, ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Sie arbeitet langsam, die vier Bahn, hat man dennoch genug Leistung, um unsere Fläche darüber zu bewerkstelligen. Wir haben unseren Betrieb hier an der Westküste. Überwiegend arbeiten wirtschaften wir auf tonigen Lehm oder schluffigen Lehm, was dazu führt, dass wir immer sehr viel Erdanhaftung an den Knollen haben, was zuerst ein wenig, ja wir waren ein wenig beängstigt, beunruhigt, ob die Smart Grader damit klarkommt. Gewaschene Kartoffeln ist überhaupt gar kein Problem. Bei ungewaschenen waren wir ein bisschen verunruhigt, aber wir sind positiv überrascht, auch nach einem sehr schweren Herbst, den wir dieses Jahr hatten, dass die Maschine so gut mit den Erdanhaftungen zurechtkommt und trotzdem ein sehr akzeptables Ergebnis rauskommt. Wir haben den Smart Grader jetzt die zweite Saison im Einsatz, was sehr schön ist zu sehen, der Support von Fermageo. Wenn ein Problem da ist, kurzer WhatsApp, kurzer Anruf und es wird sofort aus Holland sich auf die Anlage eingewählt und es wird nach einer Lösung gesucht. Aber man muss auch sagen, wir haben bisher nur sehr, sehr, sehr wenig Probleme gehabt. Aber es ist sehr schön zu wissen, wenn ein Problem da ist, wird sofort nach einer Lösung gesucht und wir haben definitiv keine lange Standzeit.